Wenn du davon träumst, deinen eigenen Barbershop zu eröffnen, bist du beim Franchise-System Barzart genau richtig. In den Betrieben von Barzart treffen traditionelles orientalisches und deutsches Barbierhandwerk aufeinander. Dadurch entsteht ein spannender Mix aus vielen Kulturen und eine einzigartige Atmosphäre. Seit 2016 vertreibt das Franchise hochwertige hauseigene Produkte zur Haar- und Bartpflege, die es exklusiv nur bei Barzart gibt. Damit kannst du dich als Franchise-Partner von deiner Konkurrenz abheben. Natürlich ist die Franchise-Zentrale bei Fragen immer für dich da, nicht nur in Sachen Fachschulungen. Klingt das spannend? Dann klicke jetzt hier für mehr Infos. Bis zum nächsten Mal.